Durch müssen wir hier. Da müssen wir durch. Durch? Na ja, wenn ich das mal so betrachte, müssen wir eher drüber oder drunter. Wir müssen über die Altväterbrücke, zwischen diesen zwei Pfosten durch. So meinst du das? Altväterbrücke über die Mulde. Über die Freiberger Mulde, ja. Kommen Autos, nehmen Anlauf. Ob sie es wohl schaffen werden? Die lassen wir erst durch. Zwei Meter Breite, zwei Meter Breite und jawoll, durch. So, kommen wir auch durch. Und auch durch. Also zwischen die Pfosten durch und über die Brücke drüber, über die Mulde drüber, auf der Brücke. Brücke, auf der Brücke. Brücke, Brücke schon wieder. Wo sind wir jetzt drüber, wieder über die Freiberger Mulde? Brücke in Rodenfurt. Brücke in Rodenfurt, hier zu Großschirmer. Und da geht es dann rechterhand zur Grabentour an der Freiberger Mulde, in der Nähe der Grabentour an der Bobbritsch. Sind zwei Grabentouren, beides Landschaftsschutzgebiete, so quasi fast nebeneinander. Das nächste Video beginnt dann mit dem Wort Video. Video schon wieder. Schon wieder, das heißt ja schon wieder. Immer noch Video, aber jetzt ein ganz anderes Thema. Sekret, du musst mir mal unbedingt helfen in meiner Not. Ja, sicher. Ja, das ist mir alles zu schwer. Kannst du mir bitte den schweren Beutel abnehmen? Ja. Jetzt bin ich schwerelos. Schwere Nöter bist du, ein schwerer Nöter. Nein, bin doch nicht schwerelos. Höchstens schwerer Junge jetzt. Schwere Junge? 50 Kilo, 60 Kilo. 70 Kilo inklusive Mehrwertsteuer. Schenkst du mir den Strauß jetzt noch zum Abschied des Filmes? Der ist für die Schnecken. Hier, die Platte für die Schnecken und die Blüten gegen die Motten. Und du kriegst bei hinter die Ohren. Ohr, Aua, Aua, Ohr. Wie bitte? Siehst du, jetzt rauscht es bei mir im Ohr. Oder ist das Tinnitus? Oder? Nein, das ist das Wehr. Das Meer? Das Wehr. Ach, das Wehr. Das Wehr. Wir stehen an einem Wehr. An einem Wehr? An einem kleinen Wehr. Mhm. Aha. Ja, dann schau mal. Es steht so dran, Landhain-Schutz. Das ist ein Schütz- bzw. Schützenhaus. Ein Schütz- bzw. Schützenhaus ist ein kleines Wehr. Das erkläre ich immer im Zusammenhang mit dem Striegelhaus. Striegelhaus? Ach, das ist dort, wo die Pferde immer hingehen und sie strickeln lassen. Nein, Lieder. Striegelhaus gehört zur Freiberger-Ravierwasserlaufanstalt. Wie das Schutz- bzw. Schützenhaus auch. Und er ist hier drin, und ich habe eine, die Pferde aufgesucht. Ich habe einen Schütz- bzw. Schützenhaus. Und ich habe einen Schütz- bzw. Schützenhaus. Vielen Dank.